Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf die düstere Prognose des 19-köpfigen Expertenteams der Bundesregierung. Der Expertenrat warnt nun vor einem Notstand durch Personalengpässe in der gesamten kritischen Infrastruktur, sodass uns in den ersten Monaten des nächsten Jahres schwere Zeiten bevorstehen könnten. Holger Behrens, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen spricht aktuell sogar schon von einer sehr kritischen Lage und die Politik würde das nicht klar an die Bevölkerung kommunizieren. Die große Frage ist nun, verschweigt uns die Politik tatsächlich den Ernst der Lage? In jedem Fall sollte jeder nochmal seine aktuellen Vorbereitungen überprüfen und zeitnah abschließen. Wir haben euch dafür einige Listen zur Vorbereitung unten in der Videobeschreibung zusammengestellt als Anregung. Wenn ihr also wissen wollt, was der Expertenrat befürchtet, dann bleibt dran. Mit dem Blick auf die neue Corona-Variante Omikron schlägt das 19-köpfige Covid-Expertenteam der neuen Ampel-Regierung Alarm. Nach der aktuellen Mitteilung bestünde die Gefahr, dass die kritische Infrastruktur auf der Kippe steht, weil in den nächsten Monaten laut den Experten viele Menschen zeitgleich erkranken könnten oder in Quarantäne müssten. Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete hierzu. Zitat. Für die nächsten Wochen und Monate erwartet der Expertenrat enorme Herausforderungen, die ein gemeinsames und zeitnahes Handeln aller erfordern. Neben dem konsequenten Handeln sei stringentes Erklären entscheidend. Die Omikron-Welle treffe auf eine Bevölkerung, die wegen einer fast zweijährigen Pandemie und deren Bekämpfung erschöpft sei, und in der massive Spannungen täglich offenkundig sein. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Unionsfraktionsvize Sepp Müller gab gegenüber den Funke-Zeitungen zu Beginn dieser Woche an, dass es bis Ende Januar im schlimmsten Fall bis zu 700.000 Neuinfektionen pro Tag geben könnte. Hatte man in den letzten Wochen und Monaten vor allem über die Krankenhäuser und einem extrem hohen Patientenaufkommen berichtet, warnt der Expertenrat nun vor einem Notstand durch Personalengpässe in der gesamten kritischen Infrastruktur. Betroffen sind demnach vor allem, Polizei, Feuerwehr, Telekommunikationsdienstleister, Strom- und Wasserversorgung, sowie der Handel und die Transportbranche. Tatsächlich gibt es schon jetzt nationale Pandemiepläne und weitere Konzepte der Länder, in denen das Vorgehen in derartigen Krisen festgeschrieben ist. Diese Pläne müssen jedoch erst aktiviert und gegebenenfalls noch angepasst werden. Vergleichbar könnte ein derartiges Szenario mit Großbritannien sein. Im Sommer löste die Delta-Variante eine sogenannte Pandemie aus. Im Juli wurden tausende Briten wegen dem Kontakt zu Infizierten durch eine Alarmnachricht auf ihrem Handy in Quarantäne geschickt. Infolgedessen verschärften sich die Lieferengpässe. Einige Supermarktregale blieben wochenlang leer, Wasser war teilweise ausverkauft. Vertreter der Fleischindustrie schlugen Alarm, dass die Lebensmittelversorgung kurz vor dem totalen Zusammenbruch stünde, und auch Tankstellen waren teilweise geschlossen, weil man nicht genügend Kraftfahrer hatte, die das Benzin an die Tankstellen liefern konnten. Jedoch war nicht nur die Lebensmittelversorgung betroffen. In etlichen Bezirken fand keine Müllentsorgung statt, da kein Personal vorhanden war. Auch auf die Polizei musste man beispielsweise länger warten, da viele Kräfte fehlten und die Stellen unterbesetzt waren. Laut dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg melden bereits die ersten Unternehmen einen hohen Krankenstand. Doch gerade bei der Logistikbranche ergeben sich weitere Risiken. Durch schärfere Test- oder Quarantäneregeln in fast allen Nachbarländern müssen viele Lkw-Fahrer Tests für ihre Arbeit nachweisen, und das kostet alles Zeit. Derartige Maßnahmen gefährden die durchgetaktete Branche immens. Um möglichen Personalausfällen entgegenzuwirken will der Handelsverband nun ein Konzept erarbeiten, in dem Mitarbeiter aus anderen Unternehmen im kritischen Lebensmitteleinzelhandel und der Logistik aushelfen sollen. So sagte Nils Busch-Petersen der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg folgendes. Zitat Mitarbeiter die in Kurzarbeit sind, wollen wir die Chance geben im Lebensmittelhandel etwas dazu zu verdienen, oder für diese Zeit ganz übernommen zu werden. Wir wollen damit eine Reservebasis schaffen für den Fall dass es eng wird. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Interessant ist auch die Aussage von Christoph Minhoff dem Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands Deutschland, denn laut Minhoff versucht man aktuell vor allem haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Tiefkühlprodukte oder Konserven in großer Menge vorzuproduzieren, auf die man dann in kritischen Zeiten zurückgreifen kann. Zur aktuellen Situation sagte Christoph Minhoff folgendes. Zitat Es gibt zwar keine Garantie, dass es nicht stellenweise zu Stockungen im Produktionsablauf kommt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne müssen, aber wir können versichern, dass wir als Branche alles in unserer Macht Stehende tun, um durch präventive betriebliche Maßnahmen der Ausbreitung des Coronavirus und jetzt der Omikron-Variante vorzubeugen. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Auch in Großbritannien spitzt sich die Lage wieder zu. Hunderte Beschäftigte in Krankenhäusern fallen aus, und auch die Feuerwehrgewerkschaft spricht von einem beispiellosen Personalmangel. Laut dem Guardian waren fast ein Drittel der Londoner Löschfahrzeuge in der vergangenen Woche nicht einsatzfähig. Holger Behrens, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen kritisierte in Bezug auf die aktuelle Lage die Politik massiv. Nach seinen Angaben ist die Lage sehr kritisch, jedoch würde dies von der Politik nicht klar an die Bevölkerung kommuniziert werden. Doch auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe steht aufgrund der aktuellen düsteren Prognosen mit den Innenministerien der Länder in engem Kontakt. Das BBK soll Empfehlungen an die Betreiber von Krankenhäusern, Feuerwehren und anderen Versorgern geben. Bei einem akuten Personalmangel empfiehlt das BBK, Schlüsselfunktionen zu besetzen, Personal zu reaktivieren oder ein Rotationsmodell einzusetzen. Zudem sollte das Schlüsselpersonal im besten Falle keinen Kontakt zu den restlichen Mitarbeitern haben. Erste Betriebe haben inzwischen Maßnahmen ergriffen, so zum Beispiel die Berliner Wasserbetriebe. Das Unternehmen und die 4600 Mitarbeiter sind für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für mehr als drei Millionen Bürger zuständig. Hier wurden inzwischen die Schichtpläne umgestellt, sodass zwölf statt acht Stunden gearbeitet wird. Eine komplette Schicht bleibt entsprechend der neuen Pläne zu Hause und muss sich bereithalten, falls durch Corona große Teile der Belegschaft ausfallen sollten. Und auch die Startzeiten der Schichten wurden verändert und entzerrt. So sollen sich die Mitarbeiter der unterschiedlichen Schichten in Gemeinschaftsräumen und Umkleiden gar nicht mehr begegnen, sodass der Kreis der Personen der unter Umständen in Quarantäne muss klein gehalten wird. Auch die Stromversorgung könnte in den nächsten Monaten äußerst kritisch werden. Wir berichten bereits seit einiger Zeit darüber und nun kommt es auch öffentlich wirksam in der Politik mehr und mehr zur Sprache. Das sollte jetzt alle hellhörig werden lassen. Laut dem Präsidenten der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge Herbert Sauruck müsse man sich auf einen möglichen Blackout einstellen und vorbereiten. So sagte er im Plus24 Interview folgendes. Zitat. Die Gefahr sinkt auf absehbare Zeit nicht. Wenn die in der Logistik oder in der kritischen Infrastruktur ausfallen, dann wird es schwierig die Versorgung aufrecht zu erhalten. Wir haben keine Reservemannschaft, die wir einsetzen können. Da geht es nicht mehr nur um das Intensivpersonal, das die Corona-Patienten behandelt, sondern es geht um die gesamte Gesundheitsversorgung. Auch in den anderen Bereichen, wenn da das Personal ausfällt, kann man nur eine eingeschränkte Versorgung aufrecht erhalten. Zitat Ende. Sauruck rät dazu, sich mit Lebensmitteln für mindestens 14 Tage einzudecken. Wir verlinken euch unten in der Videobeschreibung die wichtigsten Dinge zur Vorsorge für einen möglichen Blackout. Schaut euch unbedingt die zusammengestellten Listen an, um Anregungen zu bekommen, was man alles benötigt, denn vieles davon bekommt man mittlerweile nicht mehr so schnell wie noch früher. Jetzt ist Handeln angesagt. Und was denkt ihr? Was steht uns noch bevor und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience 1 Untertitelung des ZDF, 2020